Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Planet Zoo Tier Showcase und ich glaube, das ist schon das letzte Tier Showcase, nämlich von dem Jaguar. Da haben ja schon viele drauf gewartet. Das ist auf jeden Fall eins der Tiere, was sich am meisten für Planet Zoo gewünscht wurde und endlich bekommen wir es, nämlich morgen schon. Wenn das DLC dann morgen rauskommt, werde ich natürlich euch auch Videos von den neuen Tieren machen, dass wir uns die mal gemeinsam angucken und auch von den neuen Baugegenständen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dürft ihr gerne den Kanal abonnieren. Aber jetzt würde ich sagen, schauen wir uns direkt den neuen Jaguar mal im Showcase an. Das Video, was wir jetzt anschauen, ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Lasst ein Like da, habe ich auch schon gemacht. Und jetzt würde ich sagen, gar nicht lang schnacken. Gucken wir uns das Video mal an. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Das Ganze kommt am 7. April raus, also morgen. Ich bin megamäßig gespannt. An Orten haben wir gar nichts Neues gesehen. Das ist der gleiche Tempel, den wir schon kennen, glaube ich, von den anderen Tieren. Ich glaube, das ist hier sogar schon das erste Bild, ne? Sieht gut aus. Ja, das ist das erste Bild. Da sieht man die Jaguar-Familie auf dem Tempel sitzen. Hier Papa, Mama, Kind. Sehr, sehr süß. Was mir vorhin übrigens aufgefallen ist, ist es gar nicht so sauber hier gearbeitet bei dem Wasserfall. Man sieht hier die Düsen teilweise noch. Da hat das Plendid Zoo-Team aber nicht so gut aufgepasst und nicht so gut gebaut. Fällt mir mittlerweile echt auf, weil wir halt schon viele Zoos bewertet haben. Oh, ist das niedlich. Ganz, ganz tolle Tiere. Richtig schöne Punkte, richtig schöne Maserung hier mit diesen ganzen Pünktchen. Da sind auch voll viele Details drin. Guck mal, wie viele kleine, feine Punkte da sind. Und dann diese braunen, bärensteinfarbenen Augen. Sehr, sehr süß. Und hier ist der kleine Frechdachs. Ich finde, der hat so einen kleinen, ja, jetzt sieht man es ganz gut, das ist mir gerade schon aufgefallen. Der hat einen sehr frechen Blick. Guckt euch das mal an. Sieht aus wie so ein kleiner Schlingel, ne? Mega cool. Hier der plüschige Schwanz, auch sehr cool. Hier sieht man übrigens nochmal die Düsen, die ich meinte. Das ist mir gerade auf jeden Fall aufgefallen. Also da wurde nicht so sauber gearbeitet. Oh, die Tatzen sehen auch sehr cool aus. Das ist auch sehr cool. Das ist hier diese neue Animation, die man jetzt schon gesehen hat. Die erste neue Animation. Er kratzt sich nicht einfach so, er springt da drauf und kratzt sich dann. Finde ich mega cool. Richtig coole Idee. Voll süß. Oh, schaut euch das mal an. Wie so ein kleines Hauskätzchen. Wenn die nicht so gefährlich wären, würde ich mir die direkt als Haustier halten. Da läuft er nochmal. Hier sieht man ihn nochmal wunderbar. Sieht echt cool aus. Hier die Krallen. Ah, die Pünktchen sehen auch echt toll aus. Der hat eine ganz tolle Maserung. Sieht richtig cool aus. Guck mal, wie viele feine Punkte hier vorne auf der Nase sind. Mega, mega cooles Tier. Ich bin am meisten gespannt auf die neuen Animationen, muss ich sagen. Gerade was das Klettern angeht. Weil für mich müsste das ein echt guter Kletterer sein. Ich habe es zumindest in meinem Kopf so. Ich weiß nicht, ob es stimmt, dass Jaguare sehr gut klettern können. Weil die leben ja im Dschungel und da müssen die natürlich auch mal, um der Beute gut auflauern zu können, auch auf dem Baum klettern. Oder wenn die die Beute zum Beispiel verfolgen müssen, müssen die wahrscheinlich auch mal hinterher klettern oder so. Deswegen gehe ich davon aus, dass die ziemlich gut da drin sein werden. Bin ich echt gespannt. Oh, das ist der kleine Frechdachs nochmal. Oh mein Gott, ist das süß. Schaut euch den mal an, den kleinen Racker. Ganz, ganz tolle Augen. Und der hat einen richtig coolen Blick so. Ganz anders als andere Baby-Raubkatzen. Aus Blende Zoo jetzt, ne? Also nicht in echt. Also der sieht irgendwie echt so ein bisschen frech aus, finde ich. Guck mal, wie viele einzelne Punkte hier sind. Ah, so viel Liebe zum Detail. Der sieht auf jeden Fall hundertmal besser aus, als die Mod noch. Auch die Öhrchen hier, oh, richtig niedlich. Da sehen wir nochmal einen Erwachsenen. Auch richtig toll. Sehr anmutig, tolle Katze. Oh, da ist er nochmal, der kleine Racker. Jetzt hat er wieder die Augen zu. Ich wollte es eigentlich so stoppen, dass wir die Augen sehen. Aber macht nichts. Hier sieht man ihn auch noch ganz gut. Ist echt süß. Kleiner Baby-Jaguar. Da schüttelt er sich. Jetzt sehen wir die Augen. Oh, der hat echt einen ganz anderen Blick so, ne? Voll niedlich. Finde ich toll. Da sehen wir nochmal die ganze Familie. Hier ist es mir übrigens gerade am meisten aufgefallen. Hier sind diese ganzen Düsen zu sehen. Da haben die Baumeister von Blende Zoo nicht so gut gebaut. Die muss man natürlich ein bisschen verstecken. Ich finde es übrigens sehr schade, dass man diese Düsen nicht einfach unsichtbar machen kann. Das wäre irgendwie sehr praktisch. Natürlich ist es dann, wenn man die entfernen will, umso nerviger. Aber da lässt sich sicherlich eine Lösung finden, dass man einen bestimmten Ansichtsmodus oder sowas hat. Aber das ist jetzt auch nicht Thema des Videos. Ist ja auch egal. Ist auf jeden Fall sehr schön. Diesen Tempel haben wir ja schon gesehen mehrfach. Oder ist es der gleiche Tempel? Ich glaube schon, ne? Ja, ich glaube schon. Ganz toll. Ganz, ganz toll. Ich kann mich nicht entscheiden, welches Tier von dem neuen DLC mein Lieblingstier ist. Gucken wir nochmal zurück, dass wir ein schönes Bild kriegen. Von dem Jaguar. Da haben wir ihn nochmal. Guck mal, machen wir den Erwachsenen. Gucken wir den dann. Da. Also, ein wunderschönes neues Tier. Ich freue mich tierisch auf den neuen Jaguar. Und ja, wie gesagt, ich weiß nicht, welches davon mein Lieblingstier ist. Das Lama, der Ameisenbär oder der Jaguar. Aber es könnte sein, dass morgen noch ein Showcase kommt. Nämlich von dem Frosch. Den blende ich jetzt mal für euch ein. Ich bin mir aber nicht sicher. Weil das ist halt ein Vivarientier. Und ich glaube nicht, dass man dazu so ein Showcase-Video machen kann. Weil das halt nicht so spannend ist. Lebt halt in seinem Vivarium. Und die Vivarien sehen ja an sich alle gleich aus. Die kennen wir ja schon. Deswegen kann gut sein, dass dazu kein Video mehr kommt. Falls natürlich noch ein Showcase-Video kommt, werden wir auch auf das reagieren. Das war auf jeden Fall jetzt heute der Jaguar. Den werden wir dann auch morgen hoffentlich ausprobieren können. In echt freue ich mich schon mega drauf. Falls ihr das nicht verpassen wollt, könnt ihr wie gesagt den Kanal abonnieren. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich auch sehr mit einem Däumchen freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Euer Dandi.